Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja man, heute spielen wir endlich mal wieder Fortnite auf dem PC-Account. Und diesmal probieren wir einen Win zu holen. Und ja man, ich hab keine Ahnung, ob das klappen wird. Wir probieren es mit den beiden Jungs hier. Ich hab auf jeden Fall in der Zeit ein bisschen gefriert. Sieht man ja auch, glaub ich, an dem Level. Frag mich bitte nicht, was mit den Typen da runter abgeht. Also intern, oh, Mose. Digga, der ist Level 95. Bitte frag mich nicht, was bei denen abgeht. Digga, ein wenigstens die Waffe weg. Digga, das ist ein Chess. Oh, direkt eine Laube, das ist sehr gut. Digga, auch noch Fallschaden bekommen. Wie kann man eigentlich so ein Trottel sein? Ich dachte, ich überlebe das Save ohne Fallschaden. Hä, wo ist die Chess? Ich soll noch... Wo, wo, wo. Digga, ich will... Danke. Hey, hier ist noch einer! Perfekt. Guter Anfang auf jeden Fall. Ich bin irgendwie noch gar nicht warm gespielt oder so. Ich hab jetzt auch nicht so viel in letzter Zeit gespielt. Digga, er gönnt sich die Krone. Okay. Also, Loot ist schon mal okay. War jetzt nur nicht so gut. Hier ist einer, Leute. Weil, stimmt, das ist ja hier so ein Bug. Also, auf jeden Fall wird hier manchmal diese Meldung angezeigt. Das ist einfach nur ein Anzeigefehler. Weil, das ist Retoplin, ne? Jemand? Gern, dass ich hier Infrarot drauf hab. Ich seh nichts. Leute, ich hab übrigens überlegt, mal wieder live zu streamen. Was ich wirklich Jahre nicht mehr gemacht hab. By the way, dann auf Twitch und YouTube, falls das Ganze flüssig läuft. Aber, ich glaub, das müsste klappen. Aber, ja, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Und, ja, das war eigentlich schon die Frage. Lagerfly ist richtig smart. Digga, warum halt ich mich nicht? Loot, seit wann kamen die Anfachen? Da noch die Flügel liegen hier rum. Also, falls ihr dann die Live-Film sehen wollt, dann schaut gerne, ähm, auf mein Profil vorbei. Da, bei den drei Links. Und da findet ihr dann zu Twitch. Und da könnt ihr dann direkt reinfolgen. Digga, die nehmen hier die kompletten Metz weg, Digga. By the way, ich kann überhaupt nicht bauen. Ich will ja so gut wie immer null bauen. Aber, okay. Also. Loot ist ja schon mal einigermaßen okay. Der ist jetzt nicht der allerbeste. Boah, ja. Ich kann mit leben. Ich bin auch gerade komplett eingedrängt, weil wir haben erst drei Kills. Irgendwie ist das immer so. Dann hat man nur ne Runde, wo man dann übelst die vielen Kills hat. Und dann gibt's die Runden, wo man gefühlt gar keine hat. Ja, hier ist ja Breedruck niemand. Boah, ich check's nicht. Also, Leute, wir haben jetzt erstmal, wenn es geht, ein Medaillon. Da vorne ist ja das Medaillon irgendwo. Wenn es noch zeitig hinhaut, die Dinge, ja, kommt noch nicht. Das ist perfekt. Ist auf jeden Fall noch geil wäre. Eine bessere Waffe. Also, die hier, um besser. Oder er nimmt sich die weg. Okay, die bedrohen sich hier. Wo haben wir die Kripp? Digga, geh doch weg. Erstmal wieder Full machen. Dieser Bot hat mich letztes Mal so hops genommen. Okay, da vorne ist auf jeden Fall ein Fight. Ja, er baut. Wo denn? Hä, ich check nichts. Ach, da, hinten. Bro, ich brauche endlich einen besseren Loot. Rein hier. Falls ihr mehr Fortnite-Videos sehen wollt. Wenn ihr jetzt super gerne einen Like und ein Abo da. Einfach ne goldene Banane. Okay, so, endlich mal was zum Pumpen, Bruder. Lass auf das ich zehn Jahre gewartet habe. Kurz Full Gold machen. So. Super. Was ist das dahinter? Ach, das ist ein Rovalver-Teil, okay. Ja, doch sonst die mitnehmen und die dann upgraden. Und jetzt wieder Full Gold machen. Bam. Bruder. Er wartet nicht mal. Okay, doch. Digga. Meins. Perfekt. Ich hoffe wirklich, wir holen heute noch den Binnen. Auf jeden Fall gefeiert. Ich glaube da bei dem Haus. Okay, ja, ich sehe Schüsse auf jeden Fall. Guck mal kurz. Ja, da hinten, okay. Pff, genockt einfach. Wie kann man so ein Profi sein? Wow, da hinten. Und da. Und da. Das ist, glaube ich, alles ein Trio. Boah, direkt Hit. Der ist cracked, let's go. Mann! Okay, nice. Die Munition wäre noch ganz nice für die Pump halt. Bei 15 ist jetzt nicht die Welt. Aber ich glaube, es reicht aus. Auf einmal haben wir 10 Kills. Sorry übrigens, falls man die Tastatur im Hintergrund hört. Das ist halt die Logitech Pro, die ziemlich laut ist. Aber ja, zum Zocken ist die auf jeden Fall extrem geil. Und die hat auch so Features. Für zum Beispiel Fortnite, dass die dann zu bestimmten Dancen oder Situationen wirklich so die Farben ändert, was extrem cool ist. Für manche vielleicht. Aber das Feature hat auf jeden Fall nicht jede Tastatur. Und man kann die halt dann auch nochmal komplett in der App von Logitech nochmal richtig einrichten. Und es auch ziemlich geil ist. Hier ist Fighting. Ach wo? Haben meine Flügel weggemacht? Och ne. Das war eigentlich so nicht geplant. Oder 14 Leute noch. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus für den Win. Ich habe noch nicht mal Full-Mets oder so. Aber was bringt mir das denn noch, wenn ich nicht mal bauen kann? Unser Revolver ist auf jeden Fall ziemlich gut. Weil, falls ihr es nicht wisst, das macht extrem viel Schaden. Shit, da ist wirklich... Da ist das kein Gegner. Seit wann läuft da ein Bot herum? Ich glaube, oben sind die. Okay, wo sind die? Da liegt definitiv... Loot. Ich bin jetzt nicht so extrem gut hier. Boah, das liegt hier alles. Und was passiert da? Da unten. Ich weiß nicht, ob das jetzt die schlauste Idee ist, was ich vorher habe. Okay, die haben was gebaut. Am Ende kommt gefühlt immer Todesdie Schwitzer rein. Aber was markieren die die ganze Zeit? Okay, jemand hat auf mich gesnipet. Da unten. Und runter. Da hinten. Ich glaube, ihr habt auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Update so findet. So random ganzen Kampf sagen. Einfach probiert irgendwas zu bauen. So ra... Jo, mit der one-hitted uns. Die sieht gerade schlecht aus. Die sind beide gerippt, die Zirne kommt. Wie macht die so? Zwei, okay, das geht noch. Aber gleich wird die save fünfmal machen. Nur noch zwei Ticks. Fünf war jetzt okay. Ja, hier sind so viele. Die reboot ist auch einer. Gute Hits. Shit. Ja, schade. Okay, zweiter aber. Also Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann bis bald.